Tagesroutinen, sind sie gut oder schlecht? Genau das klären wir heute. Bleibt dran, viel Spaß. Tobi, bist du heute gut aus dem Bett gekommen? Wunderbar. Ich kann mich nicht beschweren. So nach einem Feiertag, Ostermontag in den Dienstag zu starten, das macht doch unglaublich viel Spaß. Kurze Woche. Wir hatten gutes Wetter. Was wollen wir mehr, Christian? Eben. Wir haben ja den Montag ausgespart, über den wir letzte Woche so lang und breit gesprochen haben. Da scheidet es sich mit einem Dienstag natürlich umso besser in die Woche. Freut mich, dass du eine gute Zeit hattest. Und wir wollen das Thema heute noch so ein ganz klein bisschen beackern und wollen nochmal so auf ein paar spezielle Dinge gezielter eingehen. Welche sind das ganz genau? Genau, Christian. Also ein Thema, was so hängen geblieben ist aus der letzten Folge, ist der Überbegriff Morgenroutine. Wir haben über viele Praktiken oder beziehungsweise in erster Linie unsere Erfahrung mit unserer Morgenroutine so nenn ich es jetzt mal gesprochen und welche Tools und Hacks wir verwenden, um gut in den Montag zu starten. Und wir glauben, es ist sinnvoll, nochmal genau da tiefer einzusteigen in das Thema Morgenroutine und mal auf der einen Seite die Vorteile herauszuarbeiten, aber auch über die Nachteile zu sprechen. Denn häufig wird dieses Thema, ja hab eine Morgenroutine, hab nur Abendroutine als Heilmittel angepriesen. Aber ist es das wirklich? Mach dich eine Morgenroutine oder eine Abendroutine, mach die dich wirklich erfolgreich? Besonders im Job, im Karrierekontext. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Das machen wir jetzt. Und da möchte ich gleich mit der ersten Frage starten. Hast du eine Morgenroutine und wenn ja, wie sieht die aus? Also eine direkte Morgenroutine habe ich ehrlich gesagt nicht. Also dass ich jetzt behaupten kann, dass jeder Morgen bei mir gleich abläuft. Das ist glaube ich mit Kindern auch ein bisschen schwierig, je nachdem wann die wach werden. Also es gibt jetzt nicht immer die klassische Uhrzeit, mein Wecker klingelt um 4.30 Uhr. Ja, das stimmt nicht. Ja, mein Wecker klingelt, wenn überhaupt zwischen 6 oder 7. Ja, je nachdem wie es passt. Aber ehrlich gesagt, und das hat auch irgendwie seinen Charme, muss ich mir meistens gar keinen Wecker stellen, da mein kleiner Sohnemann mich von alleine wach macht, sodass ich keinen Wecker brauche. Habe ich mir früher immer gewünscht, wie toll wäre das, in den Tag zu starten ohne Wecker. Ja, habe ich dann bekommen. Muss aufpassen, was man sich wünscht. Ja, wenn der Kleine dann wach ist, dann beginnt der Tag, ob ich das will oder nicht. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Es ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Ja, wie sieht mein Morgen so aus? Einiges hatte ich in der letzten Folge auch schon ein bisschen angeklungen. Also das Glas Wasser gehört auf jeden Fall dazu. Ja, und auch nicht direkt irgendwie ans Handy zu springen, maximal um mal die Uhrzeit zu checken. Das erst mal komplett auszublenden und erst mal irgendwie in dem Tag, in dem Morgen anzukommen und erst mal richtig wach zu werden. Bewege mich gerne, wenn die Sonne draußen schon scheint und es hell wird. Das geht natürlich jetzt im Frühling deutlich besser. Bewege mich erst mal ins Licht. Ja, das heißt, dass so ein paar Sonnenstrahlen, wenn sie denn scheint, mir ins Gesicht scheinen. Ja, das ist auf jeden Fall, tut mir sehr gut. Das merke ich immer wieder. Aber es kommt natürlich auch Licht an, obwohl nicht die Sonne einen direkt anscheint. Das ist ja ein Trugschluss. Ich glaube, haben wir die letzte Folge auch schon kurz drüber gesprochen, dass man natürlich trotzdem das Licht aufnimmt und das dazu führt, dass man einfach wach wird. Und ja, das sind so die Punkte, die sich auf jeden Fall jeden Morgen wiederholen. Also ich bin auch nicht der Typ, der direkt den Kaffee zieht und der Körper schreit nach Koffein quasi. Das kann ich dann doch noch etwas länger aushalten. Die erste Tasse gibt es dann erst, wenn ich im Büro bin. Und das sind eigentlich so meine kleinen Abläufe, die sich eigentlich jeden Morgen wiederholen. Und bei dir, Christian, wie sieht dein Morgen so aus? In der Regel, man sollte meinen, ich hätte ja jetzt eigentlich genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ich habe es jetzt auch die letzte Minute versucht, ob ich überhaupt auch so eine Art gute Morgenroutine habe. Und manchmal habe ich sie tatsächlich und dann schätze ich sie auch ein Stück weit. Dann sieht sie aber auch so aus. Also meine optimale Morgenroutine sehe, also konjunktiv, so aus, dass ich natürlich morgens aufstehe, mich fertig mache, ganz normal. Also in der Wohnung passiert nichts Spektakuläres. Ich dann zur Arbeit fahre und dann erst einmal ein Buch lese, die erste halbe Stunde ungefähr. Dann danach meinen Tag plane, also andersrum, während ich das Buch lese, dabei noch ein bisschen Frühstücke, also Müsli und so weiter. Dann meinen Tag plane und dann gezielt an meine Aufgaben gehe. Ich merke, wenn ich das mache, also ich schaffe es zwischendurch und mache es auch zwischendurch, dass dann meine Tage hochproduktiv sind. Ganz einfach, weil ich nicht direkt in den Tag einsteige mit sofort Arbeit und sofort irgendwie drin sein, sondern noch die Zeit nutze, ins Büro zu kommen, um hier ein Stück weit auch anzukommen. Um auch mit dem Kopf und mit dem Körper so nach und nach wirklich hier reinzukommen. Und dieses Ankommen ist für mich, also ich fühle, dass es für mich sehr wichtig ist, wenn ich es mache und auch sehr positiv ist. Ich mache es nur einfach zu selten, weil dann hat man doch irgendwie eine, ich sage mal so eine Fehlroutine irgendwo, dass man ins Büro kommt und meint, ah, jetzt muss ich aber, mach den Rechner an. Das Thema hatten wir ja schon letztes Mal, stellt fest, dass da eine E-Mail reingekommen ist, die jetzt total dringend bearbeitet werden muss. Und dann hat man eben nicht mehr die Zeit dafür. Und ab dem Moment ist der Tag dann auf jeden Fall nicht mehr 100 Prozent superproduktiv, sondern dann muss erst einmal so ein Stück weit Chaosbewältigung gemacht werden irgendwo. Und das ist natürlich schade einfach, weil es geht mit bewusst gesetzten Routinen, glaube ich, und mit bewusst gesetzten Ruheroutinen oder Routinen, wenn man das Wortspiel sich erlauben möchte, geht es so gut, dass man insgesamt, glaube ich, extrem viel produktiver arbeiten kann, wenn man das dann halt auch wirklich für sich durchzieht. Ich finde, was da sehr gut zu passt, ist, dass einem diese Routine, die man morgens abspult, weil man sie halt regelmäßig ausübt, einfach auch weniger Energie kostet. Und wir haben einen gewissen Energiehaushalt den Tag über und wir müssen halt schauen, wie wir damit umgehen. Und da sind Routinen natürlich extrem hilfreich, weil sie einfach im Autopilot abgespielt werden und einfach wenig Energie kosten oder bis nahezu gar keine Energie. Und dann können wir natürlich dementsprechend die Energie, die uns den Tag dann noch zur Verfügung steht, halt für Herausforderungen nutzen, die dann an dem Tag so anstehen und nicht für irgendwelche Kleinigkeiten, die einem dann, wie gesagt, die Energie rauben. An einer Stelle möchte ich nochmal ein bisschen tiefer in die Thematik gehen. Und zwar, ich habe jetzt, während du jetzt auch wieder gesprochen hast, nochmal so ein bisschen überlegt. Und wir haben ja auch im Vorgespräch darüber diskutiert, gibt es gute Routinen, gibt es schlechte Routinen oder ist eine Routine per se gut oder schlecht? Und jetzt gerade bei meiner Ausführung habe ich ja einmal das Wort gute Routine auch benutzt. Und ich glaube, darüber kann man vielleicht dann auch eine Unterscheidung treffen. Und zwar Routinen, die halt mir wirklich Standardentscheidungen abnehmen und mir mein Energielevel hochhalten für wirklich einzigartige, wichtige Entscheidungen im Verlauf des Tages. Das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Routinen. Aber wir kennen alle auch so schlechte Routinen. Ich muss mal irgendwo gerade warten, weil der Kollege noch am Telefon ist oder ich bin zu früh beim Kundentermin oder, oder, oder und der erste Griff geht zum Handy. Und das ist natürlich so eine unbewusste schlechte Routine irgendwo. Das heißt, ich habe jetzt kurz eine Minute 29 und nutze die, um Instagram zum Beispiel aufzurufen und mir irgendwelche Reels anzuschauen, beispielsweise. Und ich glaube, wenn man sich solche Routinen im Verlauf seines Tages mal bewusst macht, dann kommt man auch schnell zu einer guten Einordnung, was wirklich zielführend ist und was aber auch eine schlechte Routine ist und dementsprechend nicht zielführend ist. Bist du da bei mir? Ich bin da absolut bei dir und ich finde die Unterscheidung auch extrem wichtig, weil Routine haben wir alle am Ende des Tages, teilweise auch unbewusst. Ich finde, das klassische Beispiel ist das Zähneputzen alleine. Ja, das ist so drin. Man nimmt das eigentlich gar nicht mehr als Routine wahr, weil es zumindest für mich, ja, es ist so selbstverständlich. Ich fühle mich richtig unwohl, wenn ich morgens ohne geputzte Zähne aus dem Haus gehen würde. Das geht für mich gar nicht. Also es hat sich wirklich so eingeschliffen. Und das ist natürlich jetzt eine sehr positive Routine, weil sie natürlich auch meine Hygiene einzahlt in dem Moment. Aber gibt es natürlich auch einfach so ganz kleine Dinge. Da muss man schauen, zahlt das eigentlich so auf meine Ziele ein oder das, was mir wichtig ist oder tut es das nicht? Wenn ich mir jetzt morgens angewöhne, dass ich erstmal zum Kühlschrank gehe und mir ein ganzes Glas O-Saft vollmache. Und dann denkt man, ja gut, Vitamin C auf der einen Seite, aber natürlich, je nachdem, wenn es jetzt nicht gerade der frisch gepresste ist, ist da natürlich auch ordentlich Zucker drin. Und wenn du das jeden Tag wiederholst und dich da so dran gewöhnt hast und das einfach zu deinem Tagesstart dazugehört, dass du dir morgens ein 0,5 Liter Glas O-Saft reinziehst, da muss man sich selbst irgendwann die Frage stellen, inwieweit bringt mich das nach vorne, auch in meiner Gesundheit? Kann ich mir das vielleicht sparen oder kann ich das ja vielleicht nicht auch durch ein Glas Wasser ersetzen? Und da ist es auf jeden Fall zu empfehlen, mal wirklich genau hinzuschauen. Wirklich diese ganz kleinen Steps, die man morgens geht, sei es der Griff zum Handy. Bei dem einen oder anderen mag es auch die Zigarette sein. Gut, dass das nicht gesund ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aber es geht erstmal um das Erkennen, wie so häufig. Erstmal erkennen, okay, was passiert da morgens eigentlich? Und sich das mal zu notieren und aufzuschreiben und zu gucken, okay, wo kann ich da eigentlich was verändern und wie kann ich das für mich nutzen? Und Christian, du bist gerade auf die Vorteile zu sprechen gekommen und da gibt es meiner Meinung nach noch viel mehr. Auf der einen Seite hast du gesagt, also Steigerung der Produktivität, da bin ich absolut bei dir. Aber es kann auch Stress reduzieren. Und was meine ich damit? Wenn ich morgens, und das an meinem eigenen Leibe muss ich das erfahren, wenn ich mir morgens überlegen muss, was ich den ganzen Tag jetzt irgendwie essen möchte, was gesund für mich wäre, stresst mich das. Wenn ich das vorgeplant habe, wenn ich den Abend vorher schon weiß, okay, ich habe vielleicht auch was vorgekocht oder meine Herzdame hat was vorgekocht. Ich weiß, okay, nächsten Tag ist sicher, ich habe meine Tupa-Box mit meinem Mittagessen dabei, dann muss ich mir da morgens keine Gedanken drum machen. Und das entlastet mich, das entlastet meinen Kopf und bin einfach viel freier und auch viel entspannter am nächsten Morgen, weil ich mir genau darüber keine Gedanken machen muss. Kannst du das, ist das bei dir auch so? Würdest du das auch unterstreichen wollen, dass eine Routine Stress reduziert? Ja, ganz unbedingt. Also das kann ja auch sehr situativ sich zeigen. Ich wache auf, drücke dann allerdings irgendwann zum siebten Mal den Snooze-Button und stelle fest, dass ich viel zu viel zu viel zu spät dran bin und muss aber noch ein Hemd bügeln beispielsweise, muss mir dann noch mein Essen vorbereiten und muss dann noch überlegen, welches Hemd nehme ich überhaupt, welches Essen nehme ich mit zur Arbeit und so weiter. Das artet natürlich extrem in Stress aus. Also auf der einen Seite, ich kann natürlich einiges vorbereiten. Es kann natürlich auch eine schöne Abendroutine sein, einfach sich abends hinzustellen und schon mal einmal sein Hemd zu bügeln. Dann ist es morgens einfach schon bereit und ich brauche da gar nicht groß drüber nachzudenken, was ziehe ich an und muss ich jetzt noch fertig machen, wann bügele ich, ob vor dem Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, vor dem Frühstück machen, danach und so weiter und so weiter und genau das Gleiche halt auch mit dem Essen. Und da ist das angesprochene Müsli auch keine so ganz schlechte Idee eigentlich, weil einerseits ich kann mir das schön vorportionieren und dann, das hält sich ja auch schön in der Tupperdose irgendwie für die Woche, einfach mal sonntagsabends auffüllen, mit zur Arbeit nehmen und ich weiß, wenn ich zur Arbeit komme, ich habe mein Müsli und das hält ja auch extrem gut vor. Also wenn ich nicht gerade das gezuckerte Zeug esse, sondern halt wirklich gutes, hochwertiges Müsli, gemischtes Müsli und das hält ja dann auch gut vor, vielleicht haue ich mir noch eine Schnitte rein oder so, aber dann habe ich zumindest schon mal eine gute Grundlage und ich weiß aber auch, ich komme zur Arbeit und dann weiß ich so, das mache ich, das mache ich, das mache ich und natürlich entzerrt das auch schon extrem den Morgen. Und insbesondere, wenn ich dann dieses Vabonspielen ein Stück weit eingehe, da sind wir wieder bei der E-Mail, checke ich die abends noch oder checke ich die erst morgens frisch oder noch am Wochenende oder oder oder, die Thematik hatten wir ja letztes Mal. Dann kann natürlich, wenn ich eh schon einen stressigen Morgen habe und dann kommt sowas noch rein, das Ganze noch viel, viel stressiger machen. Also klar, allein unter dem Stressaspekt, neben dem Entscheidungsenergieaspekt, ist das natürlich ein ganz klares Plus für Routinen und für auch gewisse Gewohnheiten dann, die ich dann auch in den Tagesablauf an bestimmten Stellen einbauen kann. Dann bin ich bei dir. Christian, ein Punkt, den ich immer häufiger lese, auch im Zusammenhang mit einer Routine oder einer Morgenroutine, um bei dem Wording zu bleiben, ist, dass es dazu beitragen kann, auch die Kreativität anzuregen. Und da, da du dich ja sehr gerne mit dem Thema beschäftigst und gerade auch gesagt hast, dass du ein Typ bist, der morgens auch schon, sei es eine halbe Stunde, mal ein Buch aufschlägt und was liest, kannst du das auch unterstreichen? Also, dass du sagst, es fördert deine Kreativität und du kannst kreativ durch den Tag gehen, durch diese Routine? Ja und nein. Um eine ganz klare Antwort zu geben. Also, klares Jein hat damit zu tun, Kreativität wird auf viele Arten und Weisen gefördert. Und wenn man sich mal so anschaut, wie hochkreative Menschen arbeiten oder in der Vergangenheit gearbeitet haben, dann kann man daraus ein ganz klares Ja machen. Also, schauen wir uns zum Beispiel mal Haruki Murakami an. Das ist ja ein, wer ihn nicht kennt, ein japanischer Überautor, wenn man so möchte. Der ist Zukunftsforscher, hat zahlreiche Romane veröffentlicht und so weiter und so weiter. Also, ein hochgebildeter Mensch, der hat eine Tagesroutine, der steht, wenn er ein neues Buch schreibt, morgens um 4.30 Uhr auf, arbeitet dann mehrere Stunden lang bis nachmittags, geht dann schwimmen oder joggen oder sowas in die Richtung, geht dann irgendwann zwischen 9 und 10 Uhr ins Bett und macht den gleichen Tag dann von Neuem am nächsten Tag. Oder, guck dir Thomas Mann an oder Beethoven, die hatten auch extreme Tagesroutinen, extrem getaktete Tagesabläufe. Was sie aber alle vereint, ist auch, dass sie in ihrer Routine eine, ich sag mal, eine Phase hatten, wo sie sich halt auch gehen lassen konnten. Also, entweder ausgedehnte Spaziergänge oder, wie gesagt, das Joggen gehen, das Schwimmen gehen oder sowas. Das heißt, wo man sich halt auch von so einem sehr strikten, getakteten Tag aus ein Stück weit erholen kann, beziehungsweise auch das Gehirn so ein Stück weit oder die Gedanken fließen lassen kann. Und in der Forschung spricht man dann, wenn man solche Sachen macht, also Tagträumereien zum Beispiel, die aktivieren das sogenannte Offline-Netzwerk im Gehirn. Was ist das? Das ist eine ganz bestimmte Gehirnregion, beziehungsweise bestimmte verknüpfte Gehirnregion, die immer dann aktiv werden, wenn wir uns nicht klar fokussiert konzentrieren auf eine ganz bestimmte Sache. Sondern halt, wie gesagt, den Gedanken so freien Lauf lassen und mal so ein bisschen rumfantasieren, ein bisschen Tagträumen und so weiter. Und die Forschung hat inzwischen festgestellt, dass Menschen, die ein sehr ausgeprägtes Offline-Netzwerk haben, das heißt sehr häufig Tagträumen, auch überdurchschnittlich kreativ zum Beispiel sind. Das ist die eine Sache. Und natürlich schaffen Routinen auch genau diese Möglichkeiten, dieses Offline-Netzwerk zu aktivieren. Wenn ich zum Beispiel zur Arbeit fahre und zum tausendsten Mal meinen Arbeitsweg fahre, dann konzentriere ich mich nicht so stark wie beim allerersten Mal und auch schon gar nicht wie beim allerersten Mal Autofahren. Sondern ich habe sehr, sehr vieles, mache ich intuitiv, da bilde ich sogenannte Schemata für. Das heißt, vieles passiert unbewusst und deswegen kann dann halt auch das Offline-Netzwerk arbeiten. Das ist die eine Geschichte der Kreativität. Die andere Geschichte ist halt aber, ich arbeite auch an meiner Kreativität, wenn ich bewusst Routinen und bewusst Abläufe durchbreche. Das soll heißen, also was einen unheimlichen Kreativitätsboost zum Beispiel gibt, ist, wenn du, nehmen wir mal an, du fährst in Urlaub. Und zwar jetzt nicht in irgendeine westlich geprägte Region, sondern du fährst nach Japan zum Beispiel, wo eine ganz andere Sprache vorherrscht, wo ganz andere Bräuche vorherrschen, wo ein ganz anderes Essen gegessen wird, als das, was wir so kennen. Und ich habe gerade diese Schemata angesprochen, das heißt, diese erlernten Modelle, die wir, die halt unseren Autopilot quasi steuern. Und indem ich halt gezielt Brüche in diesen Modellen erzeuge, und das klappt mit einem solchen Urlaub in einer unbekannten Region, mit diesen vielen Unbekannten, sorge ich dafür, dass mein Gehirn vieles auch wieder neu infrage stellt. Und das Wichtige bei Kreativität ist ja zum einen eine Neugier, andererseits auch die Möglichkeit, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen. Und das schaffe ich halt immer nur, wenn ich auch mein Gehirn von Zeit zu Zeit immer wieder stark herausfordere. Das muss allerdings nicht immer auch ein großer Urlaub sein. Das kann auch schon zum Beispiel sowas sein wie Kafka. Das klingt jetzt ein bisschen kurios, aber es gibt eine Studie, wo, ich weiß gar nicht, ob ich sie hier im Podcast schon erwähnt habe, ich bin aber so begeistert davon, dass ich schon einigen Leuten davon erzählt habe. Und zwar gab es eine Studie, eine amerikanische, da wurde den Studienteilnehmenden, wurde Kafka zu lesen gegeben, der Landarzt. Und das ist so eine Geschichte, die startet relativ konservativ. Ein Arzt wird abends auf ein Landgut gerufen und dann passieren aber peu a peu sonderbare Dinge, bis die Situation sich ins absolut Sonderbare verkehrt einfach. Und es gab zwei Versionen dieser Geschichte innerhalb dieser Studie. Eine, die umgeschrieben wurde, halt so im typischen Hollywood-Stil. Das heißt, es passierte absolut fast nichts Besonderes und es gab natürlich ein Happy End und die andere originale Geschichte. Und bei beiden Gruppen wurden vorher als auch nachher Kreativitätstests gemacht, die dann als Ergebnis hatten, dass die Gruppe, die Kafka im Original gelesen hat, das heißt also, wo die Geschichte extrem sonderbar wurde, dann nachher deutlich bessere Ergebnisse im Kreativitätstest abgeliefert hat. Warum ist das so oder warum ist das so spannend? Dieser Schemaverstoß klappt immer dann besonders gut, wenn wir uns in einer vermeintlich vertrauten Situation befinden, die dann aber überraschende Twists quasi inne hat. Und genau das ist bei dieser Geschichte der Fall. Sie beginnt vertraut, ein Arzt fährt halt auf so ein Landgut und so weiter. Und nach und nach wird diese Situation aber immer sonderbarer und wird eine immer größere Herausforderung für das Gehirn und stellt die gelernten Schemata immer mehr in Frage und wird dazu zu einer immer größeren Herausforderung für das Gehirn. Und deswegen findet dann halt so eine Öffnung des Gehirns quasi statt, diese Öffnung dessen, was man sich vorstellen kann. Und das steigert dann halt auch so die Schlussfolgerung aus der Studie, dann halt auch das Kreativitätsvermögen. Da gibt es viele solcher Beispiele, also vom großen Urlaub bis hin zum kleinen. Das kann einerseits, wie gesagt, dass das können besondere Romane sein. Das kann allerdings auch sein, dass man auch mal Routinen, Gewohnheiten, und da sind wir wieder zum Beispiel beim Frühstücken auch einfach mal andersrum frühstückt. Also vielleicht, das kann sein, dass ich mein Brot anders schmiere, vielleicht mal mit links. Oder dass ich die Reihenfolge umkehre oder, oder, oder. Solche kleinen Umkehrungen, solche kleinen Herausforderungen im Alltag können auch dazu führen, halt kreativer zu werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Offline-Netzwerk, Routinen, befördern das, können das befördern, wenn ich halt dann auch gerade Tag träume. Und auf der anderen Seite diese bewussten Schemata-Verstöße, die dann aber auch dazu führen, dass ich einfach meinen Horizont erweitere ein Stück weit. Und dadurch auch natürlich sehr viel kreativer werde oder meine Kreativität dann halt auch immer wieder erweitere, aufs Neue erhalte und so weiter und so weiter. Also ja und nein, wie zu Anfang der Frage ausgeführt. Ja, ich glaube, das ist ganz gut deutlich geworden. Wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, ist es eigentlich, also einerseits diese Routine, sich in der Routine bewegen, um dann in der Lage zu sein, weil es halt keine Energie kostet, weil es auf Autopilot läuft, die Gedanken schweifen zu lassen. Und entsprechend, sei es Ideen oder neue Ideen zu generieren in dem Moment, weil man, wie gesagt, gerade in seinem Autopilot steckt. Und auf der anderen Seite diesen konkreten Bruch dann zu haben. Also wirklich raus aus dem Alltag sozusagen, raus aus dem Gewohnten, um einfach mal andere Eindrücke zu bekommen und auch das Gehirn zu befeuern und neue Struktur zu bilden. So sieht das aus. Sollen wir das mal als Zusammenfassung einmal so stehen lassen? Denn ich schaue wieder auf die Uhr. Wir sind schon wieder gut dabei, was die Zeit angeht. Soll heißen, wir haben die 20 Minuten schon wieder gerissen. Mal wieder. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir haben, haben wir jetzt andersrum, haben wir jetzt eigentlich geklärt, ob Routinen gut oder schlecht sind? Was ist deiner Meinung jetzt abschließend? Also wir haben auf jeden Fall viele Punkte gefunden, die für eine Morgenroutine oder grundsätzlich für Routinen sprechen. Aber es gibt auch Nachteile und ich glaube, das würde an der Stelle den Rahmen sprengen, diese nochmal explizit hier herauszuarbeiten. Ich denke, das ist gutes Futter für die nächste Folge. Ich denke, ihr habt einen sehr guten Überblick heute bekommen, was eine Routine alles an positiven Aspekten mit sich bringt. Und alles oder alle negativen Aspekte beziehungsweise Nachteile, die besprechen wir dann einfach beim nächsten Mal. Dann würde ich dich einladen, jetzt schon mal Notizen zu machen. Ich kann mich da nächste Woche nicht mehr daran erinnern. Das wird super. Das wird großartig. Da bin ich mir sicher. Tobi, danke dir und euch da draußen eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao. Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing Karriere.marketing Tranquility Base hier. The Eagle has landed.